Und sie war nicht auf der Treppe. Geht da rein? Geht nicht mehr. Da ist ja gar nichts mehr drin jetzt. Wann ist das schon dicht? Ja, finde ich auch. China fett stimmt. Jetzt nehmen wir doch die Treppe auch noch ein paar Mal an. Super. Jetzt scheint hier fies zu. Ups. Komm, wir finden einen anderen Weg. Du meinst, du willst da rein? Eine Tür ist bestimmt noch auf. Also hier ist es ja. Wie hier kommt. Hier ist es echt genau. Hier ist es schon mal hier. Oder hier ist es schon mal hier. Oder hier ist es schon mal hier. Hier ist es vielleicht noch ein bisschen timegernd. Entweder sich das mal anziehen. Oder ist es noch mal ein bisschen. Oder ist es noch ein bisschen? Ja, ich hatte geguckt, ob da auf ist, sonst ist die immer, deswegen bin ich eben so gegangen. Danke. Boah, klasse Motte, warst du langsam an der Tür.